Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zum Abendessen, hat er jetzt gerufen. Ja, es gibt Buntbarsch, hat er echt gut gemacht. Und bei uns zu Besuch ist die Caroline Lamberts. Ich versuche mir hier so ein paar Freunde, okay, momentan überwiegend weibliche Natur zu schaffen, aber die ist ganz nett, finde ich. Ich hoffe, ihr Essen schmeckt uns. Sie hat anscheinend länger nichts gegessen. Ein bisschen an den Tag fragen, ne? Man kann ja auch irgendwie sehen. Warte mal. So. Bitsion. Wie heißt die nochmal? Caroline Lamberts. Noch völlig unbekannt, also müssen wir mal ein bisschen was über sie rausbekommen. Mit Handschuker reinlegen, das machen wir auch nochmal. So, mal kennenlernen. Ich denke mal, das wird dann so ein bisschen was über sie. Wunder, dass er das auch nicht von den Mädels Fotos macht und die postet, oder? Willst du jetzt was rausbekommen, oder? Materialistisch, okay. Ja, ähm, mach's gut. So, der muss sich noch ein bisschen Spaß verschaffen. Ich hoffe, er macht das jetzt gerade, dass sie gut aus. Das macht unser Frosch, Paul. Ich würde ihn ja gerne mal umdrehen, aber wir können ja mal so gucken. Schon cool. Ich war interessiert, ob ihr auch schon so einen Frosch gefunden habt. Was zockt der denn da? Okay, auf jeden Fall würde ich auch noch ein bisschen Angeln üben. Und dann geht's ins Bett, weil ich glaube, wir müssen morgen arbeiten. Um 8 Uhr und jetzt haben wir schon ja zwölf. Oh. Das geht mit Elisa plaudern. Gartenfähigkeit möchte noch ein bisschen was machen. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Hat er gerade einen Fisch gefangen, oder was? Mist. Ich kriege hier gar nichts mehr mit. Petersilie. Petersilie haben wir ja noch. Oh, Pils. Ich glaube, ein Fisch hat er jetzt noch nicht gefangen, aber wir sind im Angeln im Level aufgestiegen. Ja, und wie sieht's denn finanziell überhaupt aus? 180 Dollar. Also, ja, wir müssen erst mal jobben, ne? Vielleicht überlegen wir später nochmal auszusteigen, aber da geht's früh in Rente. Was ist das? Was war das? Ein Schuh, oder? Ich dachte, wir kriegen noch was Essbares, aber es sieht nicht so gut aus. Und vor allen Dingen muss er jetzt auch gleich ins Bett. Und das nochmal. Und das nochmal. Dann nochmal Zähne putzen. Und schlafen. Ah, nein, mal hin. Oh, mal hin, halben Kilo. Okay, Fred, du musst ins Bett. Du musst arbeiten. Fred? Was machen wir jetzt hier mit dem Buch eigentlich? Ich verstehe gar nicht, warum die Dinger mal liegen lassen bei mir. Weiter geht's. So, ich würde gerne nochmal die... Das Haus würde ich gerne mal kompletter. Außer muss man nach oben, ne? Ich würde es gerne nochmal anschauen, wie das eigentlich aussieht. Ja, schon eine einfache Bude. Also die Fenster will ich noch alle austauschen hier. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen in die Breite, aber... Wenn er Gartenarbeit machen möchte, dann... ...wettert ja auch nichts. So, jetzt soll ich mich verpennen. Um 8 muss er los. Das heißt, so langsam. Fred? Steh auf. Ja, Joggen schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ach je, der muss ja nicht los. Aber ich denke mal, so aufs Klo und so. Das macht er ja dann auch unterwegs, ne? Fisch verdirbt schnell. Putzfrau kommt ja. Mal gucken, ob die es nachher wegpackt. Frühstücken, irgendwas ganz Schnelles. Wir können nicht mehr frühstücken. Schnelle Mahlzeit. Komm, trink ne Milch. Und los geht's. Milch? Alle, muss Zaubert gehen. Wird ja gar nicht abgeholt. So, die Zeit läuft wieder schnell. Ich muss noch so ein bisschen rein... ...fokst. Achso, die Putzfrau. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da noch so? Puh, 53. Wie lange muss er denn eigentlich? Bis 17 Uhr. Ich kann nichts machen in der Zeit. Vielleicht brauchen wir doch nochmal eine zweite Person oder eine Frau, die dann arbeiten geht und Fred bleibt zu Hause. Als Hausmann natürlich. Als Hausmann. Tja, schneller vorspringen geht nicht. Die Arbeit ist sehr zeitraubend. Ich kann hier mal ernten. Warum nicht? Auch doof, dass wir jetzt hier nichts weiter anklicken können. Caroline ist da. Caroline ist da. Tja. Okay, wird gemacht, Elisa. Beide, weil dann habe ich nicht. Dann füllen wir hier mal den Wunsch hier und ich werde mit ihr plaudern. Ja, dann ruf sie doch mal an. Plaudern mit. Was denn? Wir können ja auch nicht mal essen gehen auf unseren neuen Job irgendwie anstoßen. Mit der Karolina. Bis zu sieben anderen kannst du mitnehmen. Hier gab es noch ein Restaurant, oder? Gut, wir könnten in den neuen Nachtclub gehen. Machen wir das. Gespann, wie es so aussehen. Wieso ist er jetzt so? Moa? So, was gibt es denn hier alles? Mal das Feuer anmachen. Ich könnte mal ein Kompliment machen, obwohl ich finde es sieht scheiße aus, aber... hier drin läuft auch Musik, es geht doch mal rein. Dann kommt rein. Irgendwie will sie nicht rein, ich habe keine Ahnung woran das liegt. Was für die Erde denn jetzt? Kann ich verpassen, war mal ein Schocker. Wie das fand er jetzt cool? Ach, Mann. Hau ab jetzt. Warte mal. Was kann ich denn noch? Das kann ich denn noch unfug... Wer guckt? Das sind hier so diese neuen Mimiken wahrscheinlich. Hau ab! Also die Grimassen sind schon geil. Oh, da soll ich doch mit ihr nach Hause gehen. So, mehr Auswahl. Doch, geht. Doch, geht. Doch, schon, dann macht es das nicht. Schattenwelle. Ja, wo die gruselts, oder? Ich habe ja auch schon eine kennengelernt. Ja, also essen gehen kann man hier anscheinend nicht. Also gehen wir doch nach Hause. Da sind wir wieder. So. So nochmal kennenlernen. Und dann machen wir mal Abendessen, aber nicht schon wieder buntbarsch. Wie wäre es mal mit Makaroni? Vielfraße, das hat man ja schon gesehen, ne? Wie sie rein gestopft hat. Also demnächst, vielleicht könnte man ja auch mal eine Party machen, aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr Geld machen. Blinkt das jetzt mal? Oh, der Arme ist gestresst. Naja, es geht ihm schon besser. Gut, ist mal aber was zu essen. Das ist mal ein bisschen komisch, wenn ich das immer noch weiterreden habe, hatte ich ja schon erwähnt. Wenn man schon längst weg ist. Oder ist das bei Frauen generell so? Man geht weg und die Frau will das noch zu Ende erzählen und erzählt halt weiter. So im Redefluss quasi. Ist das bei euch auch so? Kennt ihr jemanden, der so ist? Einfach ins Kommentar schauen. Ich hoffe, die Makaroni bin ich auch mal gespannt. Naja, brauche ich auch unbedingt ein paar Freunde, ne? Und dann später überlegen wir uns mal, ob wir noch eine Beziehung eingehen wollen oder nicht. Obwohl ich das auch nicht ganz witzig fände. Oder ob wir ewige Single sind oder... Ich weiß es nicht. Oh, nicht wir, wie man natürlich verrät. Achso, du wolltest sie eigentlich rufen. Erstmal Essen posten. Ruf sie erstmal. So, jetzt darfst du auch weiter essen. Du hast doch schon einen Teller. Oder servierst du jetzt? Sag mal. Ja, super. Oh, scheint zu schmecken. Füßig unten. Niedrige Energie. Ja, komm. Hunger hat er ja nicht mehr. Ja. Hm. 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 Ja komm, ihr könnt's doch nochmal umarmen und dann schicken wir's ja nach Hause. Sonst, morgens wieder arbeiten, oder? Ja. Kurz vor'n Wochenende. Ah, Mann. Lass das jetzt. Jetzt klicke ich hier ewig rum und... Umarmen. Jetzt hör auf zu essen. Tetris. 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 Ich würde ja den Frosch gerne mal hier draufstehen, aber ich hab... Ach, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ah. Hier. Warum hab ich das nicht gleich gesagt? Cool. Das war ja noch ein Kompliment und dann ist aber Schluss. Und ich glaube, er geht auch direkt ins Bett. Mach's gut. War nett. Die ist echt nett. Caroline. Wie lange kann man das auch nicht essen? Noch drei Stunden. Okay. Zum Achtung jetzt wieder, du solltest, du sollst aufstehen. Ja, dann geh doch! Harfin! Harfin! Geh! So, und vielleicht noch schnell... ...ein Game zocken. Und dann geht's auch schon los. Komm, reicht. Du hast nur noch 15 Minuten. Ja, YouTube, das war schon wieder. Vielleicht mach ich's auch so, dass ich dann diese Arbeitszeit... ...versuche zu überspringen. Mal gucken. Ähm, das wird sich ja dann ändern, wenn man hier halt irgendwann zu zweit wohnt. Was ist das denn mit dem? Struber, Struber! Oh, der geht's nicht so gut. Das macht er dann mal nach der Arbeit. So, guck ich genug. Das hat ja nicht viele Arbeitsklamotten, ganz normalen Klamotten an, oder? Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Achso, vielleicht... Lass da mir einen Kommentar da oder eine kleine Bewertung. Das baut mich immer so auf YouTube. Macht's gut. Nicht wie immer, Schufer zu helfen. Ja.